Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du blühst nicht nur zur Sommerzeit, auch in Wien der Winde schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid wird mir sehr gefallen. Und einmal ein Moin Moin und ein kräftiges Moin Moin hinterher. Mal wieder Einkaufvideos, ich finde die Einkaufvideos gut, also werde ich mal öfters meines machen. Vier Flaschen Cola, ich habe gerade mal jetzt jede Cola reinzuhalten, nehmen wir eine Flasche, vier Stück von dieser Marke hier. Ist auch so eine Billigmarke, oder günstige, nein ich bin nicht so günstig. Zwei Brötchen, ich habe nämlich noch ein paar Bürstchen, die haut mir drauf, schön mit Remoulade, oder mit Senf, irgendwie so würde ich mich schon machen. Ähm, ja ähm, warte mal kurz. Ich habe meine Tasche vergessen, die steht hier. Ich wollte mir irgendwann Krönkohl machen und Krönkohl habe ich noch nicht gekauft, aber zweimal drei Kartoffeln schon mal. Dann wird für zwei Tage reicht, davon zwei Stück. Schau mal kurz, Leute, dann habe ich hier noch Semmelknödel, zweimal. Freu für Weihnachten. Dann schmecken die Knödel einen Tick besser als diese Kartoffeln, die ich finde, die haben ein bisschen mehr Geschmack. Also das ist meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt die Kommentare. Und das aller aller leckerste. Die waren gerade im Angebot. Ofenfrische Pizza. Ofenfrische Pizza. Und diese grischische. Die grischische Pizza unten, ja. Die ist so hammer, hammer lecker. Und hier oben. Super, super, super lecker. Einfach. Mua. Das ist einfach. Traumhaft. Eigentlich bin ich nur losgegangen, weil ich eigentlich was haben wollte. Ähm. Semmelknödel und Blätterteig. Blätterteig, der war nicht lange genug haltbar. Deswegen. Ein bisschen nicht mitgenommen. Dann muss ich den Motor mal los oder so. Lässt ja nicht ändern. Und. Ja. Das war's. Mein Einkauf. Klein und kurz. Mit einem kleinen Lied am Anfang. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ob der Text jetzt 100% richtig ist. Kann ich euch nicht sagen. Aber. Das war ein kleiner feiner Einkauf. Schiene. Tschüss. Schiene. Schiene. On the way. Hey. Und. Schaui. Ihr Lieben. Mit guter Laune habe ich heute. ja ich habe auch gute laune ich werde mich jetzt mal gleich mal hinsetzen vielleicht ein bisschen was da denn die ganze nacht durch wo die nächsten zwei tage durch bis ich einschlaf habe schon öfters gemacht und haut rein aber nicht so toll und das war eure ehrenuhr